So meine Lieben, da sind wir wieder mit Craft the World. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir gehen sofort ins Spiel. Ich will nichts verpassen und ich will sofort weitermachen, um jede Menge zu erreichen. So, unseren Zwergen geht's gut. Alle sehen sehr super aus. Ich hab grad mal die Tastatur geschnappt. Es ist noch relativ spät am Abend, aber ich kann das Spiel einfach nicht zur Seite legen. Ich hab da so Bock drauf. Und wir haben wieder volle Mana. Genial. Aber wir sind auch Stufe 11. Stimmt, da war was. Es ist mitten in der Nacht. Jede Menge Zwerge da. Wir waren fast durch mit unserer kompletten Sache, die wir erforschen konnten. Ja, wirklich nur noch ein Baum insgesamt. Vier Teile. Und wir brauchen noch den Teslaturm. Dafür brauchen wir noch jede Menge Gold. Quarz, gut, das ist nicht das Problem. Aber eben Glas, denn dafür brauchen wir auch Kohle. Wo finden wir Kohle? Hier doch nicht etwa. Nee. Hm, wer bist du denn? Ähm. Sieht schlecht aus mit Kohle. Ich glaub, ab einer gewissen Steinschicht, das hatte ich schon mal gesagt, gibt es mehrere Ressourcen in der Erde. Das kann auch dann passieren, dass man mal auf Kohle trifft. Aber guckt mal, so viel ist hier jetzt auch nicht, dass wir da nochmal her müssen. Obwohl, hier sieht schon mehr danach aus. Ja, komm. Hier gehen wir her. So, gleich mal hoch, was, 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 so und so. Okay, jetzt. Alles weg, was hier noch ist. Setz, setzt mir mal gleich, wo ist meine Erde hin? Ich hab keine Erde mehr, das geht gar nicht. Setz mir mal gleich Erde hier vorne hin. So, gleich mal schneller machen und weiter geht's. Wir haben die ganze Kohle hier. Dann fehlt uns noch ein wenig mehr Kohle. Mal näher ran hier. So, dann erwäsch ich die ganzen Tasten auch. Na, mach das auch mal auf. Das mit der Erde war Schwachsinn. Kommt woanders hin. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Das kommt alles noch mit. Das ist alles zusätzliche Kohle. Okay, und uns fehlte, glaube ich, auch Silber. Silber und Gold. Bronze, Silber und Gold. Tudeloo. Das kommt alles mit. Ja, mach mal auf. Hier auch. Ja, sehr gut. Das kommt auch mit. Das auch. Die beiden auch. Das auch. Ja, nimm die Erde mit. Das ist auch noch Kohle. Die können wir aber sein lassen. Jo. Hier ist noch eine Fackel. Die ist aus. Gehen Fackeln nach einer Weile auch aus? Oder war die schon immer da? Oder die wurde durch Wasser gelöscht. Das kann natürlich auch sein. Gut, wir sind soweit durch. Geht wieder nach Hause. Fällt ein paar Bäume. Einfach nur, dass ihr schon mal oben seid. Du da. Helfe oben mit. Sehr schön. Neue Kohle haben wir. Jetzt brauchen wir Eisen. Für Stahl. Und Silber. Silber. Oh, war hier. Jede Menge. Ja. 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 Oh, da kommt hier eine Spinne hinterher. Vorsicht. Hat er Angst. Gott, das ganze Silber kommt mit. Müsste dann auch reichen. Dann haben wir genug. Hier unten ist der andere Bösewicht. Mit dem Portal. Und einem Beholder. Ja. So. Sehr gut. Alles unser. Auch die Kohle, die hier noch steht. So. Brauchen wir noch irgendwas? Oh, ein Buch. Ja. Buch des Kriegers. Sehr geil. Einmal durchschalten. Wer hat noch kein Kriegerbuch? Du nicht. Aber du kannst auch nicht. Holzfäller Schmied. Du kriegst jetzt noch das Kriegerbuch. Nutzen. Und was brauchen wir noch? Holzfäller. Wir haben noch Buch des Bergarbeiters. Holzfäller Fischer. Du kriegst noch ein Kriegerbuch, wenn wir eins finden. Du kannst noch den Bergarbeiter nutzen. Und den Holzfäller. Du kriegst doch kein Kriegerbuch. Aber du kriegst noch einen Holzfäller. Und äh. Ja. Das waren sie alle. Zumindest fürs Erste. Eins, zwei. Das nehmt ihr auch noch mit. Stein brauchen wir erstmal nicht. Ja. Und dann sind die Silberressourcen da auch schon wieder erschöpft. Jetzt brauchen wir wieder Gold. Gold, Gold, Gold. Jetzt durchforsten wir hier alles nach Gold. Ah, es sieht nicht so goldig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier ist so ein bisschen Gold. Aber doll ist nicht. Eventuell hier. Ja, sieht besser aus. Ähm. Scheibenkleister. Warte mal. Das machen wir anders. Erstmal schicken wir die Zwerge her. So. Sand schön wegnehmen. Dann kann ich hier die Gitter holen. Mir fehlt so ein bisschen was. Kann das sein? Wo habe ich das hingestellt? Steht bestimmt noch bei der Kohle. Ja, hier steht noch einer. Und hier irgendwo haben wir doch eben noch gegraben. Aber wo war das? Nö. Hier ist nichts mehr. Okay. Dann zurück zu unseren Zwergen. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Da müsstet ihr eigentlich sein. Aber da seid ihr nicht mehr. Jetzt seid ihr wieder da. Einmal so. Okay, haben wir noch mehr Ressourcen hier. Oh, da unten ist noch jede Menge Gold. Das nehmen wir alles mit. Und hier unten ist der böse Mann. Genau. Da ist noch Gold. Das müsst ihr auch noch aufsäbeln hier. Muss alles weg. Kommt alles in unsere Tasche. So, und ich gehe derweil mal auf die Suche nach unseren Gittern. Wo sind denn die alle geblieben? Würde die hier noch irgendwo stehen? Nehmt man das Schaf noch mit? Oh nein. Und ich finde die doch nicht wieder. Das ist blöd. Dumm gelaufen. Hier. Auf jeden Fall waren hier noch ein paar. Aber ansonsten ist hier nichts weiter. Ne. Damit ist schon Schluss. Wo seid ihr jetzt? Da. Das muss weg. Und die kriegt ihr auch noch. Und hier ist noch jede Menge Silber, falls wir wirklich welches brauchen. Aber nö, glaube ich nicht. Nö. So. Dann wollen wir mal sehen, was wir alles craften können. Gold. Gold, Gold, Gold. Gold Barren. Brauchen wir Gold. Erz haben wir nicht allzu viel gefunden. Müssen wir gleich nochmal los. Bisschen Kohle. Alles schon mal wegvercraften. Okay. Das ist das letzte Teil. Oh. Und das Tor geht bald zu. Also bitte. Einmal Aufträge verteilen. Den da töten. Und da oben weitermachen. So. Oh. Jetzt kommen hier. Wie viele denn noch? Ja gut. Ich verlängere nochmal. Aber dann nehmt mir dieses eine Stück Gold auch noch mit. Wir können alles gebrauchen. Das nehmen wir auch noch mit. Und eigentlich müssten wir da auch noch hin für Eisen. Wie viel Eisen haben wir denn noch? Eisen? Oh ne. Noch 92. Das reicht. Das reicht definitiv. Kohle haben wir auch noch. Da ist noch einmal Gold. 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 Sehr schön. Okay. Das nimmt noch jemand mit. Und dann können wir schon nach Hause gehen. Was willst du denn noch hier? Geh nach Hause. Oh. Manchmal. Haben wir noch Bäume? Ja. Ja ja. Angriff. Komm. Geh nach Hause. So ist brav. Alle Zwerge haben wir noch. Wir haben noch ihn hier. Und uns fehlt Gold. Jede Menge Gold. Das ist Mithril. Ist zwar auch schön zu haben, aber Gold ist mir doch im Moment wichtiger. Hier scheint eine schöne große Ader zu sein. Die habe ich glaube ich eben gar nicht so richtig wahrgenommen. Ist das auch das einzige Stück, was offen ist? Was hier? Na da nicht aufmachen. Einfach mal hier aufmachen. Alles aufreißen hier. Oh ja. Das sieht gut aus. Gleich mal eine Fackel hinsetzen. So. Oh schick. Guckt euch das an. Das wird auf jeden Fall reichen. Wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Ja, der Alte wird schon heiser. Vor lauter Freude hier. Wer greift an? Das gibt es doch nicht. Ihr könnt euch aber gut wehren. Ihr habt Jattergans. Das ist absolut nicht das Problem. Das kriegt ihr hin. Die auch noch wegmachen hier. Das Schaf wegmachen. Errungenschaft freigeschaltet. Total, was? Totale Annihilation? Was auch immer das war. Wir haben es freigeschaltet. Und das ist schön. Gut. Zurück zu Hause. Zurück zu unseren Leuten. Wo wart ihr? Wo wart ihr beschäftigt? Das war hier irgendwo. Ja, hier. Nee, hier nicht. Das war... Oh, gib mir einen Tipp. Da. Okay, Portal wieder anmachen. Das nehmen wir mit. Das kommt mit. So. Okay. Das kann auch erst mal mit. Ja, hier immer so durchzusehen ist gar nicht so einfach. Was? Wo kommen die her? Seit wann ist hier ein Spawner gewesen? Die ist garantiert gerade erst erschienen. So. Dann klettert mal bitte hier oben rauf. Holt das Gold auch noch runter. Oh, schick, schick, schick. Ja, nehmt das auch noch mit. Die da oben sind noch am Graben. Aber Kohle brauchen wir nicht so sehr. Das Gold ist mir wichtiger. So. Einmal alles weg hier. Beziehungsweise alles mitnehmen. Alles, was ihr kriegen könnt. Ihr seid Zwerge. Ihr müsst das machen. Sehr schön. Ach, Mensch. Wenigstens ein bisschen Gold. Wir sind ja wirklich goldleer, kann man schon fast sagen. Aber mehr war dann doch nicht drin. Ich würde gerne mal hier runter gucken, was wir hier so haben. Wo ist mein Lichtzauber? Lichtzauber, 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 da. Und wir sehen. Ha. Finde einen Geheimraum. Es gibt viele verlassene Mienen und Räume im Untergrund, in denen sich nützliche Objekte befinden. Benutze einen Kompaszzauber, der dir die Richtung anzeigt, wenn sich ein solcher Ort in der Nähe befindet. Das haben wir getan. Den haben wir uns anzeigen lassen, direkt unter unserem Haus. Und dadurch, dass wir ihn jetzt erst entdeckt haben, reicht es völlig aus, um die Quests zu erfüllen. Ach, hier ist Schluss, ja? Ist noch nichts weiter. Nö, hier ist Schluss. Dann geht mal nach Hause. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020